Sozialismus ist eine Willenstendenz geeinter Menschen, um eines Ideals willen Neues zu schaffen. Warum das Neue geschaffen werden soll, haben wir nun gesehen. Wir haben das Alte gesehen, wir haben das Bestehende noch einmal vor unsere schaudernden Blicke geführt. Jetzt sage ich nicht, wie wir manche erwarten könnte, wie das Neue, dem wir zustreben wollen, in seiner Ganzheit beschaffen sein soll. Ich gebe keine Schilderung eines Ideals, keine Beschreibung einer Utopie. Was davon jetzt zu sagen ist, habe ich durchblicken lassen und habe es Gerechtigkeit mit Namen genannt. Von unseren Zuständen, von unseren Menschen ist ein Bild entworfen worden. Glaubt jemand, man brauche nur Vernunft und Anstand oder gar Liebe zu predigen und sie geschehen? Der Sozialismus ist eine Kulturbewegung, ist ein Kampf um Schönheit, Größe, Fülle der Völker. Niemand kann ihn verstehen, keiner kann ihn führen, wem der Sozialismus nicht aus den Jahrhunderten und den Jahrtausenden herkommt. Wer den Sozialismus nicht als einen Weitergang langer und schwerer Geschichte erfasst, weiß nichts von ihm. Und damit schon ist gesagt, wir hören noch mehr davon, dass keinerlei Tagespolitiker Sozialisten sein können. Der Sozialist erfasst das Ganze der Gesellschaft und der Vergangenheit. Er hat es im Gefühl und im Wissen, woher wir kommen und bestimmt danach, wohin wir gehen. Das ist das Kennzeichen des Sozialisten im Gegensatz zum Politiker, dass er aufs Ganze geht, dass er unsere Zustände in ihrer Gesamtheit, in ihrer Gewordenheit erfasst, dass er das Allgemeine denkt. Daran schließt sich dann an, dass er das Ganze unserer Mitlebensformen ablehnt, dass ihm nichts im Sinn ruht, dass er nichts zu verwirklichen ausgeht, als das Ganze, das Allgemeine, das Prinzipielle. Nicht nur, was er ablehnt, nicht allein, was er zu erreichen ausgeht, ist dem Sozialisten ein allgemeines und umfassendes. Auch seine Mittel können nicht am Einzelnen kleben. Die Wege, die er einschlägt, sind keine Einzelwege, sondern Hauptwege. Der Sozialist also muss im Denken, Fühlen und Wollen ein Zusammensehender, ein das Vielfache Sammelnder sein. Mag in ihm die große Liebe überragen oder die Fantasie oder das Licht des Schauen oder der Ekel oder die wilde Angriffslust oder das starke Denken des Vernünftigen oder was sonst immer seine Herkunft sein mag. Ob er ein Denkender ist oder ein Dichter oder ein Kämpfer oder ein Prophet, etwas derart Lebendes allgemein, wird der wahre Sozialist haben. Nie aber wird er, vom Wesen ist hier die Rede, von keinem äußeren Beruf, ein Professor, ein Advokat, ein Zahlenmensch, ein Einzelheizkrämer, ein Heinz Dampf in allen Gassen, einer vom Dutzend sein können. Hier nun ist der Ort, wo gesagt werden muss, weil es jetzt eben schon gesagt worden ist, die sich heutigen Tages Sozialisten nennen, sind allesamt keine Sozialisten. Was bei uns Sozialismus geheißen wird, ist ganz und gar kein Sozialismus. Auch hier in dieser sogenannten sozialistischen Bewegung, wie in allen Organisationen und Einrichtungen dieser Zeiten, ist die Stelle des Geistes ein elendes und gemeines Surrogat getreten an die Stelle. Hier aber ist die gefälschte Ersatzware noch besonders schlimm. Durch etwas Besonderes ausgezeichnet, besonders lächerlich für den, der dahinter gekommen ist, besonders gefährlich für die Getäuschten. Dieses Surrogat ist eine Karikatur, eine Imitation, eine Travestie des Geistes. Geist ist Erfassung des Ganzen in lebendig Allgemeinem. Geist ist Verbindung des Getrennten, der Sachen, der Begriffe wie der Menschen. Geist ist in den Zeiten des Sinnübergangs Enthusiasmus, Glut, Tapferkeit, Kampf. Geist ist ein Tun und ein Bauen. Was heute den Sozialismus fingiert, will auch eine Ganzheit erfassen. Möchte auch die Einzelheiten unter allgemeine Sammlungen bekommen. Aber da in ihm kein lebendiger Geist wohnt, da ihm, was er anschaut, nicht Leben gewinnt. Und da ihm das Allgemeine nicht zum Gestalten wird, das keine Intuition und keinen Impuls hat, wird sein Allgemeines kein wahres Wissen sein und kein echtes Wollen. An die Stelle des Geistes ist ein überaus absonderlicher und komischer Wissenschafts-Aberglauben getreten. Kein Wunder, dass diese kuriose Lehre eine Travestie des Geistes ist. Da sie ja auch ihrer Erscheinung nach eine Travestie wirklichen Geistes, der Philosophie Hegels nämlich, vorstellt. Der diese Droge in seinem Laboratorium ertüftelt hat, heißt Karl Marx. Karl Marx, der Professor. Wissenschafts-Aberglauben anstelle geisthaften Wissens, Politik und Partei anstelle des Kulturwillens, hat er uns gebracht. Da aber, wie wir gleich sehen werden, seine Wissenschaft in Widerspruch steht mit seiner Politik und jeglichen Parteibetätigungen, in Widerspruch steht überdies von Tag zu Tag offensichtlicher mit der Wirklichkeit, da er eben ein so von Grund aus unechtes und imitiertes Allgemeines, wie diese Wissenschaft, sich nie auf die Dauer gegen die leibhaften Sinnes- und Tageswirklichkeiten der Einzelerscheinungen halten kann, hat sich in der Sozialdemokratie von Anfang an nicht erst, seit es den sogenannten Revisionismus gibt, der Aufstand der geistlosen Tageskämpfer, Einzelheitskrämer und Hans-Dempfe in allen Blassen gegen die Wissenschaftstravestie abgespielt. Hier aber wird gezeigt werden, dass es ein anderes gibt und dass weder die einen noch die anderen Sozialisten sind. Hier wird gezeigt werden, dass der Marxismus kein Sozialismus ist und dass der Flickenrock der Revisionisten ebenso wenig und der Flickenrock. Hier soll gezeigt werden, was Sozialismus nicht ist und was er ist. Sehen wir zu.